Das beste Walkie-Talkie In letzter Zeit werden Walkie-Talkies immer beliebter, da sie einem für einen kleinen Preis ermöglichen, über weite Distanzen zu kommunizieren. Es macht nicht nur einen Riesenspaß, mit ihnen herumzuspielen, sondern sie bieten auch Sicherheit auf euren Abenteuern. Egal ob du ein Walkie-Talkie für deine Kinder suchst, für professionelle Zwecke oder etwa einen verlässlichen Begleiter für deine Abenteuer. Wir haben die aktuell drei preiswertesten Walkie-Talkies rausgesucht und werden sie euch nun vorstellen. Die Links zu den Funkgeräten befinden sich wie immer in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Den Anfang macht dieses Mal das Walkie-Talkie aus dem Hause Whiz House. Für einen soliden Preis von knapp 60 Euro erhaltet ihr einen klasse Preis-Leistungs-Walkie-Talkie, welches ihr vielseitig einsetzen könnt. Zwar spricht das Design eher Kinder an, Jungen wie auch Mädchen, jedoch ist es für Erwachsene ebenfalls kein schlechter Deal. Im Set enthalten sind drei Walkie-Talkies, welche jeweils über ein individuelles Design verfügen. Zudem sind die neun erforderlichen AA-Batterien natürlich mit der dazugehörigen Aufladestation mit enthalten. Außerdem sind bis zu acht Kanäle verfügbar. Eines der wichtigsten Features ist der integrierte Energiesparmodus, welcher euch auf euren längeren Abenteuern bestimmt zugute kommt, da dieser die Betriebszeit eures Gerätes beträchtlich verlängern kann. Ein einfaches, praktisches, aber nicht immer selbstverständliches Feature kommt mit den neuen Umhängegurten, welche mit der neuen 2020er-Version kamen. Nun müsst ihr keine Angst mehr vor dem Verlust des Gerätes haben, weil ihr es von jetzt an bequem um den Hals tragen könnt. Für die Nachtaktiven unter euch habe ich eine gute Nachricht. Ja, es hat eine eingebaute Taschenlampe. Ein weiterer Pluspunkt für die Eltern unter euch ist die Kinder- bzw. Babyfreundlichkeit des Gerätes. Es ist nämlich eine Babyfunktion eingebaut, welches es euch ermöglicht, ohne gedrückt zu halten, kommunizieren zu können. Was bei einem guten Walkie-Talkie auf jeden Fall stimmen sollte, ist die Soundqualität. Und die stimmt, denn es handelt sich um ein HD-2-Wegefunkgerät. Dieses sorgt für eine automatische Raussperre zur Reduzierung von Interferenzen und gibt uns gestochen scharfe und weiche Tonqualität mit einstellbarer Lautstärke. Der Hersteller gibt die Reichweite mit bis zu 5 Kilometern an. Hier kommt es aber stark auf die Umgebung an. In der Stadt zum Beispiel beträgt die Reichweite nur knapp 1 Kilometer. Luft nach oben besteht lediglich bei den Funkkanälen, da hier nur 8 zur Verfügung stehen. Dies kann zu ungewollten Mithörern führen. Alles in einem kann man sagen, dass man hier einen guten Deal macht, da man hier ein gutes Gesamtpaket mit gleich 3 Geräten bekommt. Gerade ist der perfekte Moment, um zuzuschlagen, da es auf Amazon gerade im Angebot für nur 50 Euro ist. Wer dann doch immer noch ein reiferes Design bevorzugt und auch weniger Geld zur Verfügung hat, der wird sich bestimmt am Radio Ditti PR-T1-PMR446 Funkgerätset sehr erfreuen. Ihr könnt es derzeit für knapp 37 Euro bekommen und ist es somit das günstigste auf dieser Liste. Enthalten sind zwei gleichfarbige Funkgeräte. Alternativ kann man auch die Version mit 4 Exemplaren bestellen, welche dann aber entsprechend teurer ist. Toll ist, dass die Geräte keine Batterien benötigen und via dem enthaltenen USB-Kabel bequem aufgeladen werden können. Ein Energiesparmodus ist natürlich auch vorhanden. 16 Kanäle sind verfügbar und die angegebene Reichweite ist mit 4 Kilometern im Freien wohl genug für die meisten von uns. Auch wieder sehr gefreut hat mich der optionale Tragegurt, welcher einen überdurchschnittlichen Tragekomfort ermöglicht. Ein schönes Extra sind auch die 10 unterschiedlichen Ruftöne, welche einige Abwechslung bringen. Natürlich ist auch eine Taschenlampe eingebaut, welche euch nachts gute Dienste erweisen wird. Ein weiteres cooles Feature ist das FM-Radio, welches euch ermöglicht, immer auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Es sind außerdem noch zwei Kopfhörer enthalten, um auch unauffällig funken zu können. Für einen Preis von 36 Euro kann man hier nichts viel falsch machen, da man hier für sein Geld richtig was geboten bekommt. Das letzte Produkt, welches wir euch präsentieren möchten, ist das Walkie-Talkie-Set von Motorola. Das Motorola Talkabout T82 Extreme PMR Funkgerät Twin Pack ist das teuerste der drei mit einer UVP von rund 120 Euro. Doch was hebt das Produkt von Motorola von den anderen zwei ab? Nun ja, zuerst lasst uns doch gucken, was wir bekommen, wenn wir das Paket öffnen. Besonders ist erstmal, dass wir eine Tragetasche bekommen, in welche wir die Funkgeräte sicher verstauen können, um sie vor der Witterung zu schützen. Die zwei erforderlichen AA-Batterien plus Aufladestation sind ebenfalls enthalten. Die Reichweite an der frischen Luft beträgt rund 10 Kilometer und die Tonqualität kann auch auf diese weite Distanz immer noch überzeugen. Ein großer Pluspunkt für die Abenteuer unter euch ist der IPX4 Wetterschutz, welcher auch ein Funktionieren in der widrigsten Umgebung garantiert. Auch in Dunkelheit seid ihr mit der integrierten LED-Taschenlampe nicht verloren. Natürlich gibt es auch wieder angenehme Gurte und zwei Kopfhörer, um ungestörte Kommunikation zu gewährleisten. Außerdem verfügt das T82 über 16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Ist es jetzt aber 120 Euro wert? Ich würde sagen, das hängt von euren Bedürfnissen ab. Seid ihr ein Abenteurer, der viel in unwirtlicher Umgebung zu tun hat und über weite Distanzen kommunizieren muss, dann ist das T82 wie für euch gemacht. Sucht ihr aber nur ein Gerät für die Kinder zum Spielen, gibt es kostengünstigere Optionen, wie die Geräte von Whishouse. Nun sind wir auch schon am Ende unserer Top 3 angekommen. Holt ihr euch die preiswerten Geräte von Whishouse und RadioDT oder sucht ihr nach einem sehr zuverlässigen Begleiter für eure Abenteuer und greift zu den Geräten von Motorola? Schreibt es uns in die Kommentare, wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Viel Spaß beim Funken und bis bald, over and out. Wir sehen uns beim Funken und bis bald, über die Geräte von Whishouse und RadioDT.